Ach ja, und für alle, die immer sagen, auf so einem guten Schiff hat man ja keinen Platz, da leidet es überall, weil man kann das ja nicht genießen. Ich bin hier eigentlich jetzt für mich auf dem, oder an dem schönsten Platz, auf der Simpanie auf das See ist, und zwar könnt ihr hier über Bug nach vorne weggucken und hier ist kein Mensch, gut, jetzt kommen zwei Damen, aber hier, was die ganze Zeit jetzt komplett leer, wir haben hier auch zum Auslaufen schon gestanden und immer einen Platz gefunden. So, und wenn ihr seht, eine herrliche Aussicht, hier kann man das Meer so toll genießen, von daher lasst euch nicht irritieren, und wir haben gestern auch, oder vorgestern, erfragt, wie viele Leute denn aktuell an Bord sind, weil ja noch nicht komplett mit Auslastung gefahren wird. Aktuell ist die Symphony of the Seas mit circa, oder etwas über 4.900 Menschen unterwegs. Ja, und wie gesagt, ihr seht hier, ich bin da, noch zwei andere Menschen sind gerade da, aber vorwiegend war ich hier jetzt die ganze Zeit komplett alleine und konnte einfach das Wetter und das Meer genießen. Ich bin da, noch zwei Unternehmen, aber ihr flipen, also du da, noch ein bisschen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020